Das Loslassen einer Idee. Zum Annehmen neuer Ideen gehört es auch, manchmal eine Idee, die man bereits hatte, loszulassen. Und das ist schwer. Nehmen wir als Beispiel die Trainerkollegin und großartige Theaterspielerin Anne-Kathrin Michler. Sie hatte einen großen Auftrag von einem Bergbauunternehmen. Auf einer Veranstaltung sollte sie mit den Mitarbeitern dieses Bauunternehmens ein Theaterstück auf die Beine stellen. Das sollte dafür sorgen, dass sich alle des Ist-Zustandes bewusst werden und natürlich sehen, wo die Reise hingehen soll mit dem Unternehmen. Sie hat mit Eva Ullmann lange über dieses Training gesprochen, hat sich viele Gedanken gemacht und kam auf die Idee, dass sie eine Theaterinszenierung in Form der sieben Zwerge macht. Sie war selber völlig begeistert davon und stellte ihre Idee, die sieben Zwerge im Bergbau, dem Bergbauunternehmen vor. Hm. Die fanden das aber nicht so prickelnd und sahen sich mit ihrer Mannschaft eher als Schiff. Sie wollten damit das Signal setzen, dass alle gemeinsam in einem Boot sitzen. Während des Verhandlungsgesprächs musste Anne-Kathrin Michler ganz viel schlucken. Sie schluckte ihre Ideen runter. Sie schluckte die Enttäuschung runter. Sie schluckte herunter, dass die viele Arbeit im Vorfeld völlig umsonst war. Sie schluckte und schluckte. Sie war allerdings Profi genug, um das Angebot ihres Kunden trotzdem anzunehmen. Und was soll ich sagen? Es war eine der genialsten Inszenierungen, die ich je von ihr erlebt habe. Für 1000 Mitarbeiter wurde in einer humorvollen Mischung aus Theater und Musical aus einer Schiffsbesatzung, die alles falsch machte, ein Team, was zusammen bei Wind und Wetter seinen Mann stand. Ich möchte damit nicht sagen, dass sie all ihre guten Ideen prinzipiell aufgeben sollen, nur um jedem Angebot zu folgen. Nein, sie werden ja für ihre Ideen bezahlt. Und vielleicht ist ihre Idee auch besser. Aber geben sie dem Gespräch eine Chance. Geben sie ihrem Gegenüber eine Chance. Geben sie dem Angebot eine Chance und lassen sie erst dann los, wenn sie merken, dass die neue Idee besser ist als ihre eigene. Oder, wie in diesem Fall, der Kunde König ist und sie ihn nicht verlieren möchten, indem sie seine Angebote blockieren. Niemand sagt, dass sie ihre Idee mit den sieben Zwergen komplett aufgeben müssen. Vielleicht ist die ja für den nächsten Kunden perfekt. Wer weiß. In vielen Bereichen ist es wichtig, sich an die eigenen Ideen zu klammern, sich festzubeißen und nicht loszulassen, ganz gleich, was andere sagen. Zum Beispiel, wenn sie etwas Neues erfinden möchten. Die Tatsache, dass die Welt rund ist, hat viele Menschenleben und mutigen Widerstand gekostet, ehe sie sich durchgesetzt hat. Aber Thomas Edison hat die Glühbirne nicht erfunden, indem er bei seiner ersten Idee blieb. Nein, er hat viele Fehler gemacht, hat falsche Wege eliminiert, hat sich mit Kollegen ausgetauscht und hat dann aus diesen Erfahrungen die beste Idee extrahiert. Und noch heute steht die Glühbirne als Symbol für Ideen und Kreativität. Von der Theorie ist Ihnen jetzt sicherlich klar, dass es wichtig ist, auch mal eine Idee loszulassen. Dann gehen wir mal von der Theorie in die Praxis. Schnappen Sie sich zwei Kollegen oder zwei Freunde und machen Sie folgende Übung. Zuallererst denken Sie sich eine Gesprächssituation aus. Es kann etwas Reales sein oder etwas Fiktives. Vielleicht eine Eheberatung oder ein Bewerbungsgespräch oder eine Teamsitzung. Eine Person, nennen wir sie mal A, stellt diverse Fragen. Die anderen beiden, B und C, tun so, als ob sie auch eine Person wären. Das klingt jetzt etwas schizophren, ist aber wirklich sehr lustig. B und C antworten gemeinsam in vollständigen Sätzen, wobei jeder nur ein Wort sagen darf. Am besten machen wir das gleich mal vor, damit Sie wissen, was ich meine. A stellt die Frage, warum haben Sie sich bei uns um die Stelle des Elektrikers beworben? Jetzt sind B und C dran. Ich finde, dass wir gut zusammen gehören, weil meine Schwester kennt, kennt ihren Schwager, der hat Bauchschmerzen, aber er hat gestern mal die Mailbox aufgemacht und gesehen, dass sie uns brauchen. A stellt wieder eine Frage. Was erwarten Sie hier während Ihrer Anstellung? Meine Mutter sagte zu mir, ich solle ständig Geld verdienen. Deshalb bin ich definitiv überzeugt, dass meine Mutter sicherlich sehr stolz auf mich wäre. Sie merken, an einigen Stellen war ich überrascht, was mein Kollege hier gesagt hat und manchmal hatte ich so eine geniale Idee, wo unsere Antwort hingehen könnte, aber nein, er lenkte in eine andere Richtung. Und genauso ging es ihm sicherlich mit mir. Wir mussten also beide unsere eigenen Ideen loslassen und die Ideen des anderen akzeptieren. Je kreativer und besser die eigenen Ideen sind, desto schwieriger ist es, sie loszulassen. Wie beim Beispiel mit den sieben Zwergen. Und wenn Sie selber schon ein Problem damit haben, Ihre guten Ideen loszulassen, dann stellen Sie sich mal ein Team von Werbestrategen vor. Lauter kreative Köpfe, die nur so übersprudeln vor guten Ideen. Wichtig ist hier nicht nur das Loslassen, sondern auch das Sammeln von Ideen. Am Anfang muss ja niemand von seiner Idee abrücken. Wenn Sie in so einer kreativen Phase einfach nur jemanden haben, der alle Ideen sammelt und aufschreibt, dann können Sie hinterher gemeinsam entscheiden, welche Idee am besten ist. Oder Sie entscheiden sich sogar für eine Kombination. Oder es entstehen neue Ideen. Beim Sammeln bitte keine Bewertungen abgeben im Sinne von gut, schlecht, oh naja, ich schreibe es mal auf. Sammeln Sie bitte einfach nur. Obwohl es in jedem Unternehmen diverse Treffen gibt, die Brainstorming genannt werden, findet gar kein Brainstorming statt. Es kommen Ideen, es werden Angebote gemacht und es werden viele Angebote abgelehnt. Es ist einfacher, wenn Sie bei so einem Treffen jemanden als Moderator bestimmen, der dann dafür sorgt, dass die Spielregeln des Sammelns auch eingehalten werden. Wenn es Ihnen gelingt, sich auf neue Ideen einzulassen, wie wir es in der Übung vorgeführt haben, dann ist das Flexibilität. Das ist genau das, was wir bei unseren spontanen Kollegen so bewundern. Und ich bin mir sicher, dass die ganz häufig flexibel sind. Die Frage ist, wann, wo und warum. Machen Sie sich das bewusst? Wahrscheinlich macht es Ihnen überhaupt nichts aus, wenn Sie eigentlich mit Ihrem Kind ins Kino wollten, aber der Kurze auf einmal lieber in den Zoo möchte. Wenn allerdings der Chef mit einer neuen Idee um die Ecke kommt und damit meine bisherige Arbeit in Frage stellt, dann, ja, dann blockieren wir doch lieber und halten an unserer Idee fest. Vielleicht sind Sie völlig flexibel, wenn sich der Tagesablauf Ihres Partners ändert, er also auf einmal keine Zeit für Sie hat oder später kommt. Aber wenn Sie selber spontan ins Kino eingeladen werden, ah, dann brauchen Sie etwas Zeit, um sich darauf einzulassen. Häufig sind wir bei Freunden zu jeder Schandtat bereit, aber können von unseren Ideen nicht loslassen, wenn jemand unsere Arbeitsstruktur oder unsere Termine für den nächsten Arbeitstag ändern will. Dann sind wir häufig unflexibel. Werden Sie sich dieser Stärke bewusst, die Sie in vielen Situationen einsetzen können. Und dann nutzen Sie diese Stärke auch in schwierigen Situationen. Sie können Angebote akzeptieren und Ihre eigenen Ideen loslassen. Und das ist der Schlüssel für flexibles Handeln und spontane Antworten.